Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Pöbel MC Bildungsbürger-Prolls Das letzte Release von Pöbel MC Pöbel Sport Tape erschien im Februar 2019. Jetzt kommt das nächste Album des Rostockers. Bildungsbürger-Prolls kommt mit 12 Tracks, Feature gibt es eines und dieses kommt von Millidance. Das Release kommt über Audio-Lied und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Bundle. Be Tide Bobby Dick Das letzte Album von Be Tide, Argoswing, erschien im Februar 2019. Etwas mehr als ein Jahr später kommt nun das neunte Album des Berliners. Bobby Dick kommt mit 21 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Blockmonster, Ferris MC und Ketiket. Das Album kommt über Jetzt Paul und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. Armageddon Musik Armageddon Musik ist ein Independent Label aus Berlin. Das Label besteht aus den 4 Rappern Limit, Miliz, Patte und Rid One. Jetzt steht das neueste Machwerk der Berliner an. Manifest beinhaltet 12 Tracks und keinerlei Features. Das Release kommt über Armageddon Musik und erscheint als CD und auch als Bundle. Esther, Nur für mich Das letzte Album von Esther erschien im Februar 2016. Vier Jahre später kommt nun das dritte Album des Saarbrückeners. Nur für mich kommt mit 16 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von All Things Eve, Eric Filippi und Jona. Das Album kommt über Esther und erscheint digital. Und das Album kommt über Esther und erscheint digital. Freshmaker No Limit Freshmaker ist ein Produzent aus Wien, der seit vielen Jahren fester Bestandteil der Deutschrap-Szene ist. Das letzte Producer-Album Fusion erschien im Januar 2019. Jetzt steht sein drittes Album an. No Limit beinhaltet 13 Tracks und kommt unter anderem mit Gastbeiträgen von Chacuza, Kollegah und Silla. Das Album kommt über Freshmaker und erscheint digital. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.